Ihr müsst dranbleiben bis zum Schluss, denn wenn ihr das Bad seht und das Bett hinten seht, dann werdet ihr sehen, das ist ein Auto für Filmliebhaber, für Netflixliebhaber. Das ist wirklich ein Fahrzeug, bei dem man kuscheln kann. Hinten ein ganz spezieller Grundriss. Ja, es sind Fahrzeuge, Testfahrzeuge, die im Mai 2022 zugelassen worden sind. Und hier sieht man noch den alten UVP, 359.230 Euro. Wer sich ein bisschen auskennt, das waren noch die UVPs aus dem Jahr 2022. Der ist aus Mai 2022. Was hat der gelaufen ungefähr? Ja, etwa 14.000. Du bist der? Matthias Welts, finde ich. Grüß dich, Matthias. Ist das Zufall? Hier vorne steht auch Welts, steht da hier auf dem Logo? Ja, da habe ich was mit zu tun. Du hast was mit zu tun. Du bist hier der Geschäftsführer, macht das zu zweit mittlerweile, hast du einen Geschäftsführungskollegen. Als ich kam, war der noch nicht da. Hat er sich bewährt? Hat er sich bewährt, absolut, ja. Du hattest wahrscheinlich das Video sehen, deswegen müssen wir das sagen. Ihr seid ein Team an der Spitze, seid stark gewachsen. Du bist Morello-Partner seit der ersten Stunde. Was spricht für Morello? Was ist so gut? Ja, Morello ist ja seit gut zwölf Jahren jetzt am Markt und stetig gewachsen. Und gerade in den letzten Jahren, muss man sagen, sind da ganz viele große Schritte nach vorne gegangen worden. Und mittlerweile, ja, man muss sagen, Marktführer in dem Bereich Luxusreisemobile und hat viele Ursachen, viele Komponenten, die einfach dafür sprechen, für dieses Fahrzeug, für die Morello-Familie und, ja, für letztendlich dann auch eine Kaufentscheidung für so ein Auto. Ja, es ist ein kleiner Reisebus, so soll die Optik auch sein. Das Ganze erinnert sehr an, ja, eine Mischung aus, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aus einem LKW-Chassis vorne, so ein bisschen Actros gepaart mit Reisebus hinten, der da ist. Sie wirken viel größer, als sie wirklich sind. So ein Reisebus ist ja nun mal 14 Meter lang. Das haben wir hier nicht. Wie lang sind wir denn hier? Ja, der ist gut neun Meter lang. Dieser 90M, Palas 90M, wie er heißt, steht auf dem Iveco Daily Chassis. Hat, ja, vorne gerade zu sehen hier auch die Wide Axel Achse, die ganz wichtig ist für die Fahrstabilität und für die letztendlich auch breite Aufstellung der Vorderachse. Der kommt komplett raus, oder? Ja, genau. Beide Seiten etwa 13 Zentimeter. Sodass der Wagen dann wesentlich stabiler liegt, die Spurrinnen auch nicht so unschön zu fahren sind. Und alles das, was so Windempfindlichkeit, Spurstabilität und Wagenverhalten angeht, ist es wirklich eine große Verbesserung gegenüber dem Serienchassis. Kostet ein kleines Vermögen ist, glaube ich, das, wo die Leute am meisten schlucken bei der Wide Axel. Es gibt eine Zwischenstufe, das ist die Spurverbreiterung. Das kommt schon ein bisschen raus, aber mit dem Fahrkomfort hier, dass der so, auch die Optik ist ja ein Thema. Also wenn der zu weit innen ist, also kauf mal so ein Auto, ein Palace, gibt es ja auch ohne Spurverbreiterung, da sieht das schon seltsam aus. Aber jetzt muss man sagen, jetzt sieht das so aus, als wäre es schon immer so gewesen. Ja, das ist eigentlich eine tolle Ergänzung. Wir haben ja Luftfahrwerk hinten, Luftgefederte Hinterachse. Und das in Kombination mit dieser Wide Axel-Vorderachse, hinten sind auch Spurverbreiterungen drauf, ist das schon eine sehr gute Basis in diesem 7,5-Tonnen-Bereich. Hier sieht man viele Fenster, die hier da sind. Das lässt mich schon auf einen bestimmten Grundriss schließen, wenn wir nicht genau darauf eingehen. Wir haben rahmenflächenbündige Fenster, das heißt, hier steht auch nichts raus. Auch die sind doppelverglast, das heißt also auch hier die ganzen Fenster, wie normalerweise eben auch im Campingbereich, bis auf ganz vorne. Da hat man ja automotive Fenster mit drin, die dürfen, glaube ich, nicht doppelverglast sein, aus Sicherheitsgründen. Die sind einfach verglast, aber dick verglast, die drin sind. Und hier hast du die Hauptscheibe, auch die stellt eine Wärmebrücke dar. Hier darf ich auch nicht doppelverglasen, also das ist die Sache. Und dazu hat man hier vorne eine ganz große Jalousie entwickelt, die fährt automatisch runter und die entkoppelt quasi diese Wärme-Kälte-Brücke komplett vom Fahrerhaus, wenn man abends schläft. Ja, das ist ein Thermorolle mit einer Luftschicht dazwischen, die dann praktisch dafür sorgt, dass man hier vorne eine richtig gute Isolierung hat. Die Seitenfenster sind allerdings thermopälenverglast, doppelverglast. Die sind doppelverglast, okay, schön. Dann zeigen wir mal den Stauraum. Das Ganze hat einen Doppelboden, es geht nach oben auf. Hier sind jetzt Stühle mit drin. Das bedeutet Testfahrzeuge, was ganz Besonderes. Normalerweise kann man ja Probefahrten jederzeit mit euch machen, bitte vereinbaren, Führerschein mitbringen und so weiter, fährt auch einer mit. Aber hier darf der Kunde alleine fahren, darf zum Beispiel eine Woche fahren oder auch zwei. Er zahlt dafür auch einen Obolus, unterschreibt einen Vertrag, ihr kennt dann die Kunden. Und das sind die Fahrzeuge, die rauskommen. Was hat der gelaufen jetzt? Ja, wie gesagt, 14.000 etwa. Ist gerade eingefahren. Also Dailylaufleistung, was würdest du dem unterschreiben, dem 3-Liter-Motor? Mehrere hunderttausend. Mehrere hunderttausend. Das wird man kaum schaffen. So, der steht auf Gas. Das Ganze hat eine alte Warmwasserheizung mit drin. Und es wird gekocht mit Gas, es wird geheizt mit Gas und auch das warme Wasser wird mit Gas gemacht. Dann auch hier wieder Festtank. Bedeutet, das Grauwasser fließt in einen Festtank, der hier im Mittelboden verbaut ist. Das sieht man, es geht direkt hier rein. Alles ist beheizt. Alles beheizt, genau. Eine Grundwärme wird gefahren über den Doppelboden, über die Fußbodenheizung, die dann in dem Laufboden im Wohnbereich installiert ist. Und dann letztendlich über die Thermostate bzw. über die verschiedenen Heizkörper, die dann einzustellen sind, kann man die Temperatur nochmal genau justieren. Das ist wie zu Hause. Man braucht den Toilettenzusatz eigentlich nicht. Warum habt ihr den mit dazugegeben? Der ist eigentlich nur dabei, um nochmal so einen Grund reinzugeben. Das ist aber bei der Festtanktoilette eigentlich gar nicht notwendig. Okay. So, dann hier vorne die Festtanktoilette selber. Auch hier ist verbaut von Tecma, von Tedford, eine Sea-Toilette, also eine wirkliche Yachttoilette, die hier drin ist. Und zwar ist es eins zu eins auch die Yachttoilette, die drin ist. Und das geht dann über eine Funktion direkt dann in den Schwarzwassertank. Und es gibt einen Grau- und einen Schwarzwassertank, Alde-Heizung. Auch hier hat sich gegenüber den Modellen 88LB und 90LS nicht so viel verändert. Die Alde-Heizung immer an der Stelle, oder? Die ist immer an der Stelle, ja. In dem Fall ist also hier links sogar noch ein bisschen Stauraum. Das ist einfach bedingt durch die Aufbaulänge. Bei den 90er-Modellen ist ja doch dann im Mittelbereich, also im Stauraumbereich, nochmal ein bisschen mehr Platz vorhanden. Ja, große Heckklappe mit drin. Du hast zu mir gesagt, bei der Modellserie Palace hat man zwei große Türen. Das ist Serie. Auf Wunsch kann man diesen Radträger, der in etwa drei Minuten zu demontieren ist, auch mitkaufen. Der kostet circa 500 Euro. Ist sehr praktisch. Das heißt, man beschädigt das Fahrzeug nicht. Der wird oben gegen das Bett gekontert. Ja, und kann dann praktisch nach rechts und links justiert werden von der Position, so wie man es halt haben möchte. Das ist ein geniales Teil. Also ich werde dir mal einen Namen nochmal vom Herrscher. ChrisMutek. ChrisMutek. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das irgendwo hier finde. Finde ich jetzt nicht. Aber ChrisMutek könnt ihr einfach mal googeln. Ich glaube, der Hersteller, wenn ich es noch dreimal sage, dann habe ich mindestens mal einen Schlender verdient für German Television. Weil ich finde den so genial. Da oben wird er einfach nur gegen gekontert. Hier hat man Platz für die zwei Fahrräder. Das klappt in der Praxis richtig gut, oder? Ja, das ist einfach praktisch, weil man halt individuell nutzen kann. Also in der Palace-Garage wäre sogar Platz für zwei Träger, also bis zu vier Fahrräder. Ja, hier in der Mitte hat man ein Lithium-Paket mit drin, mit einer Zusatzbatterie. Auch das schlägt sich mit einigen tausend Euro zu Buche. Ist hier Serie mit drin. Ich glaube, das ist aber auch ein ganz wichtiges Feature. Also alles, was wichtig ist, habt ihr ja angekreuzt. Ja, Energieversorgung ist da ganz wichtig, damit man einfach autark stehen kann. Und wir haben ja innen drin auch einige 220-Volt-Geräte. Die brauchen einfach den Strom. Und über den großen, starken Wechselrichter ist das dann auch wirklich dauerhaft zu betreiben. Hier sieht man ein Kombi von Büttner. Die Leute, die jetzt öfter mal die Videos gesehen haben, merken, oh, das ist ja alles ähnlich. Das stimmt. Das ist ja eine Modulbauweise, die bei Morello angeboten wird. Die erfinden das Rad ja auch nicht jedes Mal neu, wenn die einen neuen Grundriss machen. So kann man eigentlich auch sagen, dass viele Dinge auch aus den ganz großen, aus den kleinen Baureihen übernommen werden. Das schafft natürlich auch eine gewisse Expertise. Das heißt, die erfinden das Rad nicht nochmal neu. Die Sachen werden teilweise schon seit zehn Jahren so ähnlich gebaut. Der Grundaufbau, glaube ich, hat sich seit zehn Jahren überhaupt nicht verändert, oder? Das heißt, das ist geübt, das funktioniert, das ist gut. Ja, genau. Das ist genau so, wie du gerade gesagt hast, über Jahre oder Jahrzehnte jetzt bald schon in der gleichen Baureihe und Bauweise vor allen Dingen und dann immer weiter verfeinert. Gerade was die Technik angeht, also diese technischen Features vom Chassis, aber auch die Energieversorgung innen drin, die digitalen Geräte, die sind natürlich ja fast jährlich dann auch wieder neu gekommen. Das ist für die Kunden auch ganz wichtig, denn das Thema Werte halt, ähnlich wie bei Porsche, fährst du selber Porsche, die machen den Modellwechsel immer ganz behutsam. Also jetzt nicht so mit einem riesen Paukenschlag, passiert halt auch schon mal, aber speziell bei der Baureihe 911. Und hier ist es genauso, hier gibt es dann leichte Designänderungen. Das Heck wurde jetzt vor einigen Jahren, glaube ich, vier Jahren wurde es mal verändert. So ansonsten, die Front wurde mal verändert, aber die Grundbauweise Sandwich an den Seiten, Alu-Sandwich, all das ist gleich geblieben. Ja, auch die Silhouette, also mit dem schwarzen Streifen über die Fenster von vorne nach hinten gezogen. Und auch die Design- und Formensprache, die ist doch sehr ähnlich, sodass man also Morello über viele Jahre dann auch immer wieder Heck kennt. So, ich gehe mal kurz hier rüber. Dann zeige ich mal gerade, das Heck ist nämlich das gleiche. So sieht so ein Heck aus. Das hat so eine Art Reisebus-Optik auf der Rückseite mit drin. Ab Wunsch kann man auch eine Anhängerkupplung nachrüsten. Aber das Schöne ist ja hierbei, hier muss ich wirklich nicht die Fahrräder auf den Radträger, auf die Anhängerkupplung packen. Ich habe genug Platz in der Heckgarage. Die wird oft benutzt auch für Fahrräder oder Roller oder Motorräder. 250 Kilo steht drauf. Die Punktbelastung hier ist natürlich noch besser. Und das ist die zweite Garage. Eben haben wir die erste gesehen. So war es doch, oder? Das gleiche auf der Garage, nur von der anderen Seite. Und ja, die Batteriepakete sind dann hinter diesen Lochblechen und auch weitere Stauräume noch rechts und links. So, komm, ich gehe gleich mal rein, denn das Fahrer verbirgt sich im Inneren. Hier haben wir ganz, ganz tolle Blenden. In dem Fall, ich schaue mal kurz, sind das Leichtmetallräder hier? Hinten sind es Leichtmetallblenden an der Zwinix-Achse, Entschuldigung, und vorne sind es Vorwerte-Galo-Felgen. So, Ladebooster mit drin. Auch hier von Büttner. Und die ganze Technik, wie man das kennt eigentlich, hier geht auch dem Elektriker das Herz auf. Alle Sicherungen beschriftet. Nochmal individuell, das wird für jedes Fahrzeug einzeln beschriftet. Da ist ein Plan mit dabei. Morello hat auch bei jedem Fahrzeug hinterlegt. Also, wie ist das jeweils? Hat einen richtig guten Service, kann man anrufen. Habt ihr auch so einen Service? Tagsüber darf ich als Morello-Kunde bei euch anrufe? Oder gibt es nur feste Zeiten, irgendwie 16 bis 17 Uhr? Jederzeit. Jederzeit natürlich. Manchmal muss halt ein Rückruf eingestellt werden. Aber wir sind mittlerweile mit sechs Annahmemeistern eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja, Morello bietet diesen Service auch nochmal mit einer Hotline. Die wird auch mitgeliefert. Da darf der Kunde, muss sich allerdings aufpassen, fränkischer Akzent. Muss man ein bisschen zuhören, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber die Franken rufen jederzeit zurück, sind gut erreichbar und geben einem gute Hilfe, was jeweils zu tun ist, wenn irgendwas mal nicht so funktionieren sollte, wie man das erwartet. So, großer Stauraum auch hier, Doppelboden. Die Aufbautür von Rhein-Composite in Feuerwehrqualität. Sie ist nämlich wirklich, wird so oder so ähnlich auch für Rettungsdienste gebaut. Man hat zwei Stufen. Projekt 2000, die, ich glaube diese Drittstufe hier, der die hier erfunden hat, der hat sich einen Namen verdient. Denn die hält richtig was aus, eine Stahlkonstruktion, die hier drunter ist. Man muss allerdings, kleiner Tipp, man muss warten, bis sie endverriegelt ist. Ich glaube, das machen viele falsch, oder? Ja, das ist ein Scherbolzen drin, der praktisch verhindern soll, dass da was an der Mechanik defekt geht. Und deswegen sollte man also nicht drauf stehen, wenn man sie gleichzeitig einfahren möchte. Ja, nicht nur das, sondern was man mir mal erzählt hat, da kannst du mich jetzt mal korrigieren, ob das stimmt. Wenn du sie gerade mal einfährst, bitte. Und sie fährt ja automatisiert ein, faltet sich dann rein, so weit, so gut. Jetzt geht sie hoch. Und jetzt bitte nochmal ausfahren. Jetzt gibt es ein Warnsignal, dass man nicht rausfällt. So, und wenn du sie jetzt rausfährst, dann ist sie zwar jetzt gleich schon unten von Lippert. Jetzt, und jetzt muss man noch kurz warten. Und hast du gehört? Ja. Das war die Verriegelung. Und da sollte man am besten nicht vorher draufsteigen. Also, ich habe es einmal gemacht. Anderes Thema. Ist so. Die Lernkurve ist steil in dem Fall. Ja, Hubstützenanlage. Ich klemm mich auf. Was ist das? Das ist eine HPC-Hubstützenanlage, die automatisch nivelliert, manuell nivelliert natürlich. Die automatisch auch in die sogenannte Entsorgungsstellung geht. Also, wenn der Wagen entsorgt werden. Ich gucke mal drunter. Das ist ja blöd mit der Weitäxel. Da komme ich ja gar nicht. Die ist ja so weit draußen, dass ich fast gar nicht mehr reinkomme. Hier sieht man den Teller so ein bisschen. Da vorne ist die Hubstützanlage. Das sind hydraulische Hubstützen. So ein bisschen, wie man das kennt von einem Kran. Also, wenn der jetzt ausfährt, dann geht er zur Seite raus und stützt das ganze Auto nochmal ab, sodass es nur noch so ein bisschen auf den Reifen steht, oder? Ja, man kann also fast die Reifen wechseln mit dieser Hubstützenanlage. Und was ich eben noch erzählen wollte, war halt die Position der Entsorgung. Das heißt also, du fährst an die Entsorgungsstation und kannst dann über diese HPC-Hubstützenanlage den Wagen schräg stellen, dass die Ventile praktisch immer zu der Flüssigkeit auch stehen, sodass alles entsorgt werden kann. Also, ich mache den Tank schief und der geht dann zum Ausfluss hin und wird dann komplett leer gemacht. In der Praxis ist das sehr praktisch. Ich drücke auf den Knopf und dann fährt er mich, er kippt nicht um. Am Anfang hat man Angst, der wird so steil, wenn man das will. Ja, das ist eigentlich die Entsorgungsstellung praktisch, die dann dafür sorgt, dass die Tanks auch wirklich komplett leer laufen. Sehr schön. So, wir gehen mal rein, gucken uns an, denn das Schöne ist natürlich drin. Bei einem Morillo, der hat ein Kurzschloss übrigens mit drin und hat insgesamt, ich zähle mal mit, eins, zwei, drei, vier, fünf Stufen. Du bist über allem. Ich glaube, das schätzen die Leute auch, wenn sie zum Beispiel am Stellplatz sind. Auch wenn du in zweiter, dritter Reihe bist, du schaust meistens über die anderen weg. Ja, es ist eine schöne Position und natürlich bedingt durch die großen Stauräume, durch die Doppelbodentechnik und durch das heckgetriebene Iveco-Chassis. Heckgetrieben, wichtiges Thema. Das heißt, das Fahrzeug wird dort angetrieben, wo die meiste Last ist und auch ich die größte Traktion habe mit insgesamt vier Reifen, Auflagefläche hinten. Das ist ein Nutzfahrzeug, Standard. Also die Nutzfahrzeuge sind immer heckangetrieben. Große. Immer heckangetrieben. Die Last liegt auf den beiden Hinterrädern zur Linksbereifung und ja, und vorne ist dann entsprechend hier für die Federung über die luftgefederten Sitze gesorgt. Ja, jetzt habt ihr die Qual der Wahl, denn ihr könnt nämlich hierbei folgendes machen. Man hat ein Bett entwickelt, bei dem das hintere Bett auch als Sofa benutzt werden kann. Man könnte sich hier also eine Tagesdecke drauf machen, könnte hier sich drauf lümmeln, Bücher lesen, kann die hintere Kopfleiste hochstellen. So ein bisschen wie eine Komfortfunktion, im Krankenhaus hätte ich was gesagt, ja, kann man hoch machen, sodass man hier schön lümmeln kann. Ich habe es ja eben nochmal anmoderiert. Das Queensbett, das ist quasi eine schöne Liegewiese, die ich dann im Alltag verwenden könnte und könnte vorne schlafen. Das heißt, das würde gehen. Das heißt, das Nachtbett hätte ich vorne, kann ich elektrisch runterlassen als Hubbett und hinten könnte ich mir eine schöne Spielwiese machen, wo ich, ich sag mal, nochmal einen zweiten Raum habe, wo ich mich zurückziehen könnte, oder? Könnte man machen. In aller Regel wird es natürlich anders genutzt. Das ist ganz klar, das ist das Queensbett, das M-Bett, so wie es bei MoVilo heißt. Und ja, ist eine super komfortable Liegefläche mit zwei separaten Zugängen, rechts und links. Man kann bequem drum zulaufen, hat noch Stauraum am Fußbettende unten drunter. Man hat zwei zusätzliche Kleiderschränke, Schubladen rechts und links. Und ja, eine super Liegefläche mit Kopfteilverstellung und Unterfederung hier auch mit einer speziellen, ja, punktgelagerten Unterfederung, große, dicke Matratzen, sodass man also wirklich perfekt liegt. Fernseher am Fußende, in der Ecke hier oben ist es also wirklich, wirklich toll gemacht. Der Einstieg beim Queensbett ist besonders einfach. Das ist wie zu Hause. Es ist nicht dieses, die Liegewiese, wo du drauf krabbelst, sondern das ist mehr so ein Feeling wie im Hotel. Da bist du ja auch nicht, weißt du, hast ja nicht einen Raumschlauch, wo du denn irgendwo bist, sondern du hast ein offenes Zimmer. Hier kann man an der Seite vorbeigehen. Du siehst, da hast du einen richtigen Gang mit drin. Du hast eine Ablagefläche. All das fehlt dir bei der Liegewiese natürlich, bei den längst Einzelbetten, die drin sind. Und das hat das Queensbett natürlich. Dafür hat es den Nachteil, es ist nicht ganz so breit. Also die Qual der Wahl. Ja, aber trotzdem mit gut 1,60 Meter ist das ja sehr breit. Und man hat halt wirklich dann einen ganz bequemen Ein- und Ausstieg. Also es ist ja schon so, dass man hier wirklich eigentlich nur sich aufsetzen muss und dann hier mit den Füßen direkt in dem Gang rechts und links landet. Der ist aber sehr edel hier in das schwarze Holz mal wieder. Weißes Leder, sehr, sehr stilsicher eingerichtet. Das war ja der Übergang zum hellen Holz vor zwei Jahren circa. Und da kam das neu hinzu. Aber ich misse das dunkle Holz in der Verbindung mit dem hellen Boden. Also man darf vielleicht nicht den Fehler machen, nimmt das dunkle Holz und noch einen dunklen Boden. Das ist vielleicht ein bisschen too much. Das hatte ich. Aber der helle Boden und das dunkle Holz, das ist toll. Hier sind zwei Schubladen. Die gehen sehr tief und da habe ich dann nochmal Platz für Socken, Schuhe und alles, was ich reinmachen möchte. Aber das wirkliche Highlight, finde ich ganz persönlich, ist diese kleine Schublade hier unten. Guck mal, Matthias, wenn du mir die mal gerade öffnest, das habe ich natürlich in der Liegewiese nicht. Da kann ich alles reinmachen, was ich abends so verwende. Auch mal Medikamente, ein Blutdruckmessgerät oder Kinderbücher, wenn die Kinder drin schlafen. Ich habe zwei Kleiderschränke, verhängende Kleidung auf jeder Seite. Habe nochmal einen Eckschrank. All das habe ich bei der Liegewiese nicht. Das ist, für was mache ich jetzt eigentlich Werbung? Wir haben doch alle Autos da. Wir haben den 90 LS mit Liegewiese. Wir haben den MQ, glaube ich, hatten wir, oder? Der LB. LB? 88 LB. 88 LB. Wir hatten den Alkowen. Also alle haben was zu bieten. Das ist dieser Bereich mit dem Fernseher, der auf dem Schrank oben drauf ist. Also der Grundriss, du merkst das, der gefällt mir schon richtig gut hier. Ich liebe ja das Queensbett, weil der Einstieg halt so normal ist. Es fühlt sich eher an wie ein Zimmer. Das andere ist eher mit der Liegewiese so eine Art Liegehöhle, wo du ja von der Seite dann so reinkrabbelst. Alles ist Bett. Und hier hast du auch noch Ablageflächen. Hier kannst du, ich sage mal, auch mal was drauflegen. Was würdest du drauflegen? Keine Ahnung. Gutes Buch vielleicht oder Kleidungsmittel. Das ist eigentlich auch zum Ablegen oder Absetzen nochmal gedacht. Oder wenn man mit dem Knie mal sich abstützen will, um was aus dem Kleiderschrank zu holen. Das geht, das ist so belastbar. Da ist die Garage drunter auch. Genau da endet dann praktisch die Garage und bietet dann da drunter halt diesen großen Steuerraum. Schön. Dann anschließend direkt die Tür. Das heißt, die kann ich dann zumachen. Wenn jemand mal auf Toilette ist nachts, wird hier zugemacht. Dann bin ich alleine. Ich habe einen riesengroßen Spiegel. Das seht ihr hoffentlich gerade. Matthias? Der Wagen riecht überhaupt nicht. Er riecht wie neu. Das ist so. Er ist neu. Das war ein Testfahrzeug für Kunden von euch. Und die Kunden können dann über Wochen das Fahrzeug testen. Mängel habe ich auch keine gesehen. Unfallfrei ist er, korrekt? Unfallfrei, genau. Und ja, einfach in der Praxis auch so, dass wir die Kunden alle kennen und ja, letztendlich auch nur dann rausgeben, wenn wirkliches Interesse besteht. Sag mal, der sieht aus, als wäre der von einem Fahrzeugaufbereiter professionell aufbereitet worden. Das haben eure eigenen Mitarbeiter geputzt. Das ist gut, oder? Ja, es ist dieser Rücknahme-Check, Q-Check, so wie wir ihn dann nennen, der beinhaltet einfach dann natürlich, dass der Wagen wieder in perfekten Zustand gesetzt wird. Das heißt, der wurde wahrscheinlich öfter geputzt als meiner, der 11.000 Kilometer drauf hatte. Nach jeder Rückgabe einmal komplett geputzt, oder? Desinfiziert alles. Kann ich jetzt nicht zu sagen. Das mag sein, ja. Wie meiner aussieht, meinst du? Anders. Er sieht nicht schlecht aus. Ich muss mal ein Video machen, denn ich bin ja großer Fan im Moment vom Loft Liner, der toll ist. Kleiderschrank, ich zeige mal gerade, das ist die Festhangtoilette von Tecma. Haben wir eben schon kurz darüber berichtet, daneben der Heizkörper. Da kann ich alles drauf trocknen. Tolle Geschichte. Ja, die Dusche. Ich glaube, da brauchen wir kaum ein Wort drüber verlieren. In der Größe haben viele zu Hause nicht. Ja, ist unheimlich komfortabel, groß. Dann die Tür zu beiden Seiten zu öffnen, zu schließen, umzuschlagen. Und dann halt auch mit einer Kunststeinwand, die also sehr robust ist und gut zu reinigen. Ja, nach beiden Seiten zeige ich mal gerade. Man kann sie auch nach innen öffnen. Der Vorteil ist dann, wenn ich in der Ecke stehe, kann ich auch mal ein Handtuch rausholen, ohne dass gleich alles kalt wird. Das habe ich schon mal so gemacht. Sie ist hier nochmal fixiert an der Seite. Da sind auch Halter dran. Da kann ich auch was trocknen, was ganz nass ist oder feucht ist. Das trocknet dann in die Dusche ab. Und es gibt auf Wunsch... Ne, da ist sie sogar schon drin. Oben ist die Kleiderstange schon drin. Ja. So, dann auf der Seite ein großer Schrank, der auf Wunsch sogar hier unten eine Waschmaschine beherbergt. Denn ich habe ja auf linke Seite, rechte Seite nochmal einen Kleiderschrank, das ginge. Also hier wäre Platz für eine Toploader-IG Waschmaschine. Dann hier ein großer Waschtisch mit drei Schubladen. Unten ist die größte Schublade, die es gibt. Und auch da habe ich Platz pur für Socken. Also ganz unten war immer die ganze Unterwäsche vor mir drin. Aber das kann jeder so machen, wie er will. Ich habe auch mal ein Video gemacht beim 90LS, der war schön eingeräumt. Also ich bin ja eher so Junggeselle unterwegs. Sag mal, die Zielgruppe, ist die kunterbunt von ganz jung bis ganz alt? Oder sind das eher so die etwas Älteren, die hier in der Regel zuschlagen bei dem Modell? Kunterbunt. Kunterbunt, also das ist wirklich gar nicht zu definieren. Wir haben junge Leute, Mitte 30, Ende 30, die so ein Fahrzeug fahren, die also unbedingt auch die Queenspet haben möchten. Und wir haben natürlich auch entsprechend Ältere, die einfach sagen, sie wollen komfortabel in einen Ausstieg haben. Und sind das eigentlich so über viele Jahre schon gewohnt mit einem Queenspet. Da ist die Fangemeinde wirklich breit gestreut. Ich schaue mal kurz. Auch hier haben wir die Mikrowelle mit eingebaut mit Grillfunktionen von Panasonic. Ein Kompressor-Kühlschrank, wie man ihn zu Hause hat, mit einer richtigen Kompressortechnik. Und was natürlich das Allerwichtigste ist, eine Doppelkolben-Klimaanlage. Auch die ist schon montiert, denn du kennst das nichts Schlimmeres. Nicht, dass es heiß ist, das könnte ich ja noch ertragen. Aber nein, es ist feuchtschwül. Kennst du das? Und draußen Italien, feuchtschwüles Klima, 27 Grad nachts und Luftfeuchtigkeit 80 Prozent. Da kannst du Abhilfe schaffen, oder? Ja, die entfeuchtet die Luft automatisch, wird dann nach außen hin abgeführt und klimatisiert natürlich den Wohnraum hier gerade an den heißen Tagen sehr gut. Wichtigste Sachen, die aufpreiswichtig sind, habt ihr eingebaut. Auch volle automatische SAT-Anlage ist mit drin. Zwei Fernseher sind mit eingebaut. Eine Solaranlage auf dem Dach, bitte mal kurz antippen. Solarmodul, im Moment machen wir 40 Prozent Leistung bei 2,0 Ampere. Allerdings, sie lädt nicht mehr ein, die Batterie ist voll. Ja, das ist so. Wenn die Batterie voll ist, ist natürlich die Abnahme und Einspeisung des Solarstroms natürlich runterreguliert. Wechselrichter, der wird hier mitgesteuert. Hier kann ich dann einstellen, wie stark die Absicherung meines Campingplatzes ist. Das heißt, ich kann hier volle Lotte 3 kW rausnehmen. Da würde jede Campingplatzsicherung rausfliegen. Und der begrenzt den Eingangsstrom auf 3 Ampere. Und wenn ich mal nicht mehr den Strom verbrauche, lädt der automatisch die Batterie nach. Sodass ich selbst in Italien auf dem schwächsten Campingplatz der Welt meine Klimaanlage betreiben kann. Es sei denn, der Campingplatzbetreiber hat geschrieben, bitte keine Klimaanlagen oder Klimaanlagen verboten. Hast du schon mal gesehen? Ja, gibt es oder gab es. Früher natürlich mittlerweile ist das nicht mehr ganz so verbreitet. Auch in südlichen Ländern sind die Absicherungen meistens 8 oder auch 12 bis zu 16 Ampere. Hier ist halt jetzt serienmäßig dann verbaut bei diesem Paket dieser Netzmangelausgleich, wie er heißt. Wo einfach dann das, was von außen nicht eingepuffert wird, was dann praktisch aus den Batterien genommen wird, um dann halt diese Spannungsspitzen auch abzubauen. Nico, du kommst gerade richtig, komm mal rein, dass wir das sehen. Er ist verabredet. Hallo Nico, grüß dich herzlich. Ja, Testfahrzeuge von Felge und Wels. Du bist dafür verantwortlich, die Testfahrzeuge bereitzustellen. Ich habe eben dich gelobt. Hast du nicht gehört, wirst du auch im Video sehen, was da ist. Ihr habt die so toll aufbereitet. Das macht ihr jedes Mal, wenn ihr die zurückkriegt, werden die komplett grundgereinigt. Genau, wir möchten die Fahrzeuge vom Kunden an sich schon grundgereinigt wiederhaben auch. Natürlich machen wir nochmal unseren Check, gehen die Fahrzeuge nochmal durch, wird von innen nochmal von uns sauber gemacht und von außen natürlich auch. So ist das. Du wolltest was sagen dem Matthias. Ist das privat? Ist privat. Weißt du was, dann gehe ich jetzt mal hin. Ich filme mal gerade hier vorne, Matthias, das Cockpit. Das machst du mal gerade, ihr besprecht euch. Wir haben eine 8-Gang-Wandler-Automatik. Die ist hier vorne drin. Wir haben ein, guck mal gerade, abnehmbares Lenkrad. Das ist hier drin, das kann man abnehmen, damit dieser Sitz problemlos gedreht werden kann und das Lenkrad maximal aus dem Weg ist. Ist auch eine nette Diebstahlsicherung, die mit drin ist. Wir haben hier vorne, ich guck mal gerade ganz kurz, eine Differenzialsperre mit eingebaut. Aktiver Spurhalteassistent, ein Abstandstempomat mit eingebaut. Eine Luftfederung für hinten, die ist hier montiert. Da unten an der Ecke sieht man die Fernbedienung und damit kann ich dann das ganze Fahrzeug, warte ich guck mal gerade, ist Luftfederung hinten, wenn du es kurz mal gerade hochnimmst, bitte. Die Fernschauung, sagen wir mal so nett. War mir jetzt nicht ganz sicher. Das müsste Luftfeder hinten sein. Genau, Luftfeder hinten und dann kombiniert mit diesen eben schon erwähnten luftgefederten Sitzel vorne. So und dann auch hier aufbleistrichtig das große Garmin-System mit Rückfahrkamera und Navigationssystem. Und wer es einmal hatte, möchte es nicht mehr missen. Das Garmin-System, nichts gegen Google Maps, aber hier werden Routen rausgewählt, die für LKWs oder große Wohnmobile mit großen Höhen. Man kann die Höhe eingeben. Ich glaube, das ist das Wichtige, oder? Man kann die Höhe eingeben, das Gewicht eingeben. Man hat vor allen Dingen dann immer online auch die entsprechenden Verkehrsdaten. Man hat die nächstgelegenen Campingplätze, Stellplätze, die ständig aktualisiert und dann entsprechend hier auch in die Route eingearbeitet werden. Und das ist also sehr, sehr fortschrittlich. Und ja, eigentlich so in den letzten ein, zwei Jahren die größte Innovation in dem Bereich. Vielleicht kleiner Hinweis für alle Leute, die denken, das hat aber jetzt lange gedauert beim Hochfahren. Das System fährt sich erst nach einigen Tagen komplett runter. Das war jetzt komplett runtergefahren. Wenn man das im normalen Betrieb hat, dann ist es immer schnell up to date. Also das ist, also ja, jetzt ist es da. Wenn man aber jetzt den Ausschalter mal betätigt, sei mal gerade so lieb, mach es einfach mal aus unten. So, jetzt ist es ja hochgefahren. Jetzt geht es aus, mach es nochmal an. Und dann bootet das System quasi in Echtzeit. Also wie man das hier sieht, das wird nämlich nochmal gepuffert durch das Tablet, was man abnehmen kann. Das ist hier oben drauf. Das geht also nie ganz aus, sondern steht dann komplett zur Verfügung. So, jetzt war es wahrscheinlich auch entladen. Das kann nämlich gut passieren nach einer Zeit. Dann fährt das runter. Es ist ein tolles System. Wie sind die Rückmeldungen von den Leuten über das Garmin-System? Ist das gut? Haben die Freude? Ja, total. Es muss einmal connected werden mit dem Handy. Und wenn das geschehen ist, dann ist es wirklich total wartungsfrei. Ja, ihr habt ein nettes extra eingebaut. Auch kein Must-Have, aber ganz nice sind die elektrischen Seitenfenster. Das heißt also, ich kann zum Beispiel die Beifahrerseite öffnen, ohne dass ich aufstehen muss. Das ist ganz nett. Auf der Fahrerseite, da würde ich noch sagen, da kriege ich es gerade noch hin. Das wäre kein Problem. Aber man hat ja im Auto mittlerweile auch keine manuellen Kurbeln mehr. Also ich denke, das ist bei so einem Luxusfahrzeug. Aber das ist auch eine Option. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist eine Option, wird aber zu fast 100 Prozent mitgeordert, weil es einfach in der Praxis Gebrauchsverteile bietet, die man einfach gut nutzen kann. Wenn man an eine Mordstation heranfährt oder wenn man mit jemandem sprechen möchte, der auf der anderen Fahrzeugseite steht, beim Rangieren, wie auch immer. Das ist schon ein ganz wichtiger Komfort. Ja, man hat ein unglaublich großes Raumgefühl. Wir haben zwar ein Hubbett drüber, das merkst du überhaupt nicht hier. Also ich finde überhaupt keine Beeinträchtigung, wenn du mal siehst, wie viel Platz noch über dem Hubbett drüber ist. Aber dadurch, dass die Sitzgruppe geöffnet wird mit einem leichten Winkel nach innen, dadurch habe ich diese Durchgangsbreite hier und diese Großzügigkeit in Verbindung mit der Basisgruppe, mit einem freischwebenden Tisch, bei dem der Reinhard Löhner sogar drauf gestiegen ist, um zu zeigen, wie stabil der ist. Der hat eine große Stahlunterkonstruktion. Wenn man da mal drauf steigt, dann geht er nicht gleich kaputt. Ja, das ist ganz stabil gemacht. Ist zu verlängern. Also wenn man jetzt hier mit mehreren Leuten sitzt, man kann ja hier mit bis zu fünf Personen reisen bei dem Grundriss. Und hat dann also wirklich einen großen Tisch, wo man halt auch wirklich vernünftig dran sitzen kann, ganz variabel zu verlängern. Oder halt auch im eingeschobenen Zustand, wenn man nur zu zweit fährt, ganz wunderbar eben den Beifahrersitz drehen. Und man hat dann eine richtig schöne Sitzgruppe. Ja, ein vollintegrierter 40 Zoll Fernseher. Auch hier größer darf er wirklich nicht sein, weil du hier natürlich Abstände hast, die hast du zu Hause nicht. Also der 40 Zoll in voller Auflösung, Full HD. Also das ist wie zu Hause. Ich denke auch mal ein Netz, abends mal einen Film gucken oder auch mal die Nachrichten. Das will man ja auch nicht missen, oder? Wenn man, je nachdem, wo man ist. Ja, ist toll gemacht. Letztendlich ist es natürlich so, dass man auf den großen Fernseher, die sind ja mittlerweile auch von der Auflösung her, wirklich, wirklich, wirklich viel, viel besser als das früher der Fall war. Ja, und ja, eigentlich sieht man es nur, wenn man in so ein zehn Jahre altes Fahrzeug reingeht und sieht, wie das mal alles begonnen hat, welche, ja, welche, welche Fernseher da verbaut worden sind. 23 Zoll, 17 Zoll. Ja, das war dann schon eine riesen, riesen Revolution. Und heute, heute hat man hier diese ganz großen Fernseher mit der Soundbar da drunter. Das ist schon, schon großes Kino. Boah, weißt du was Schlimmes? Ich will ja jetzt nicht hier, jetzt filme ich ja seit fast drei Jahren Wohnmobile oder seit drei Jahren ziemlich genau. Man stumpft so ein bisschen ab, weil man muss sich immer wieder an die Zeit zurückerinnern, als man das noch nicht hatte. Kannst du das verstehen, dass Leute fast anfangen zu heulen, wenn die hier reinkommen, sich das leisten? Klar, jetzt habe ich hier ein paar hundert Stück gefilmt. Weißt du, irgendwann sagst du, okay, der ist neun Meter lang, der ist zwei Meter vierzig breit, der hat das Navigationssystem und so. Aber so diese Fahrfreude zu erleben, wenn die losfahren, du machst die Übergabe, das entschädigt doch nochmal, oder so ein kleines bisschen? Ja, das ist einfach total toll. Und gerade wenn man jetzt so wie wir seit vielen Jahrzehnten dabei ist und ja, da so die Entwicklung auch so Revue passieren lässt oder sich an früher erinnert. Und gerade bei so einer Marke wie hier ist es einfach total toll, die Entwicklung zu sehen, zu sehen, wie das wächst, wie die Kunden begeistert sind, wie es größer wird, wie jeder Wagen, der auf die Straße kommt, die Marke auch stärkt und nach vorne bringt. Das ist schon klasse und ja, und auch gerade bei diesem Auto ist es so, der ist wirklich schön vom Grundriss, von der Farbkombination, von den ganzen technischen Einrichtungen. Es ist nichts Übertriebenes, sicherlich, es ist Luxus, es ist viel Geld, es ist wirklich teuer, aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch ein richtig geiles Auto. Also ich kann ja eins sagen, die meisten Leute, die sowas kaufen, sind ja keine Multimillionäre, es sind Leute, die hart gearbeitet haben, die waren auch sparsam vielleicht, haben vielleicht auch viele Handwerker oder Selbstständige, die das gemacht haben. Die meisten haben ihr Leben lang hart gearbeitet und irgendwann sagen die sich so, jetzt gehen wir mal auf die Pirsch. Hatten einen sehr schlimmen Fall bei einem anderen Händler. Der Kunde hat sich ein Fahrzeug, ein Manufakturfahrzeug bauen lassen. Ist just gerade erst passiert und haben wir auch gesendet über eine Million Aufrufe, das Fahrzeug. Und hat es fertiggestellt, hat selbst viel investiert, alles gemacht und er hat es bekommen und ist nach zwei Monaten später gestorben an Krebs. Und das ist auch oft so, dass Leute dann sagen, ich schiebe das dann auf, bis ich dann vielleicht mal, du kennst das selber ja, du bist jetzt in einem Alter, wir sind glaube ich beide, was bist du für ein Baujahr? 67. Ich bin 68, also wir sind in so einem Alter, wo man so langsam ein bisschen anfängt nachzudenken, ob das Hamsterrad, ob man das nicht langsam mal verlassen möchte. Ja, das ist auch der Grund, warum du zweite Geschäftsführung, also willst du nicht weniger machen, aber du merkst, wird alles ein bisschen viel, oder? Man will auch ein bisschen Freizeit haben. Ja, das ist klar. Ich möchte mal natürlich und letztendlich sind wir auch stark gewachsen und ich möchte einfach auch letztendlich die Professionalität nicht auf der Strecke lassen. Ich selber habe ja über viele Jahrzehnte das gemacht. Einiges gut gemacht, einiges vielleicht auch nicht so gut gemacht und jetzt wollen wir halt den nächsten Schritt gehen. Ja, also wer Lust hat und ich kann euch sagen, ich bin einer derjenigen, der die, ich behaupte mal, die meisten, einer der, der die meisten Morelos der Welt gefilmt hat, der, die Zusammenstellung hier, Basisgruppe, das ist hier dieser freistehende Tisch, fünf Personenzulassung, Hubbett, Lithium mit drin, das tolle Bad, das Raumbad, was mit eingebaut ist, dieses tolle Queensbett. Also ich wüsste nicht, was ich hier anders konfiguriert hätte. Also Hut ab. Hast du den gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht. Es hat die Vermietung gemacht mit der Verkaufsleitung zusammen. Ja, aber sehr, sehr sicher, glaube ich, die Wahl, oder? Ja, sehr sicher und letztendlich auch erprobt. Wir haben ja seit, seit, seit Jahren dieses Angebot und versuchen natürlich dann auch wirklich Autos zu kreieren, die, die nachher gut in den Markt passen. Ja, die man auch wieder gut verkaufen kann, wo eine große Zielgruppe sagt, ja, das ist mein Auto. Also klar, es gibt viele, die sagen, naja, das dunkle Holz gefällt mir nicht, aber diese Farbzusammenstellung mit dem hellen Boden, man darf halt nicht den Fehler machen. Das habe ich früher gemacht, diese Schiffsbodenoptik in dunklem Holz, das dunkle Holz und dann irgendwann mal, dann säuft der so ein bisschen ab. Aber das war der Trend. 2015 durfte es gar nicht dunkel genug sein. Das kann ich mich noch daran erinnern, ja. Weißt du noch? Ja, klar, klar und da ist natürlich, heute ist eine etwas andere Zeit. Trotzdem muss man sagen, dass gerade bei dieser Kombination hier wirklich ein zeitloses und langlebiges Design gewählt worden ist, was jetzt nicht in ein paar Jahren dann gleich wieder überholt ist. Ein nettes Gimmick ist diese kleine Schublade hier drunter. Wer noch nie ein Morello hatte, wird jetzt erstaunt sein. Huh, Schublade. Die hat, glaube ich, eine Kühlfunktion. Dann hast du hier zwei Ablagefächer. Du hast hier eine City. Das ist aber übrigens Original Iveco Daily. Wenn man diese Taste City drückt, dann fährt er sich mit einem Finger. Das heißt, also die Servolenkung wird nochmal unterstützt. Und die kann man übrigens die ganze Zeit anlassen. Dann fährt er sich wirklich mit einem Finger. Das Lenkrad auch, weil viele gesagt haben, oh, das ist ja viel zu klein. Das ist ja kein Männerlenkrad. Ich kann euch sagen, wer je ein Multifunktionslenkrad hatte in einem Reisemobil, auch das möchte man nicht missen. Da kann ich die Lautstärke verändern. Ich kann ganz, ganz viele Sachen machen. Im Moment habe ich nämlich keins. Im Euro Cargo ist keins drin. Und das ist eine ganz, ganz feine Sache. Und die Lautstärke. Die Lautstärke in dem Fahrzeug hier ist so gering. Du hast halt keinen kernigen Acht-Liter-Motor, weißt du, beim Anmachen, wo das ganze Fahrzeug wackelt. Sondern du hast einen sehr dezenten, ruhigen, kraftvollen Motor. Das geht aber nur bis zu einer gewissen Tonnage. Also das kann man nicht auf zwölf Tonnen machen, sowas. Ja, das geht nicht. Und hier haben wir ja diesen 7,5 Tonner mit dem 3-Liter-Diesel-Motor. Und der ist wirklich extrem laufruhig, optimiert natürlich jetzt durch das ZF-Getriebe, Wandlergetriebe seit einigen Jahren. Und auch hier mit dem abnehmbaren Multifunktions-Lenkrad ist das ja wirklich ein Bauteil, ein technisches Bauteil, was halt in den letzten Jahren mit dazu gekommen ist. Komm, wir zeigen nochmal das Hupet, dass wir das mal sehen. Das sind übrigens die große Mappe an Original-Betriebsanleitungen. Die sind natürlich dabei. Das Fahrzeug würde ich jetzt mal sagen, es ist im Mai gebaut worden, letztes Jahr. Aber hier bekommt ihr von einem Original-Morelo-Händler einen fast neuwertigen oder neuwertig auf jeden Fall, aber einen fast neuen Wagen mit wenig Laufleistung, ich glaube 15.000. Merkst du übrigens auch, dass die Dämpfer, die hier drin sind, der wurde so gut wie gar nicht bewegt. Und guck mal hier das Pitting, lass mal kurz drauf, da ist ein, nee, es ist gar keins drauf. Das kennt ihr doch, wenn ihr so eine Matratze benutzt, bereits nach kurzer Zeit bilden sich so Baumwoll, kleine Kügelchen drauf. Ja, und da kann man sehr schön sehen, die habt ihr auch nicht weggemacht. Das erkenne ich direkt, auf dem Bett hat so gut wie keiner gelegen, oder? Ja, ist ganz wenig benutzt, wenn überhaupt. Okay, sehr schön. Ja, hier sind wir, tolle Geschichte, das Queen's Bett, mein persönlicher Favorit, ich hatte noch keins, muss ich sagen, warum, weiß ich nicht. Weil 80 Prozent der Betten natürlich längs Betten sind und ich natürlich immer das bestelle, was die meisten wollen. Das wird sich jetzt ändern, wir kriegen ja ein Alkohol, das ist der absolute Exot bei Morelo, aber ich finde ihn toll. Also es ist eine ganz andere Kategorie und Liga, aber hier muss ich sagen, mit der Küche, der schönen großen Küche mit dem Dreiflammen Kochfeld, hier den zwei Spülstein mit drin, das ist ein richtiges Mineralstoff ist das hier, also praktisch eine Art Granit zermahlen, glaube ich, mit einem Kleber mit drin und das ist so hart und so beständig eigentlich fast wie Stein, oder? Ja, es nennt sich auch Kunststein, Korean, das ist 75 Prozent Granitstaub und dann entsprechend verbunden mit Polyurethan, sodass das dann also auch bearbeitet werden kann, ausgebessert werden kann, Kratzer entfernt werden können und so weiter. 15. März 2023, also wer dieses Video hier sieht und Interesse an dem Fahrzeug hat, kann aber gerne auch hier anrufen, ihr kriegt immer wieder tolle Gebrauchte rein, das ist so, ihr habt doch immer wieder mal einen Vorführwagen da, ruhig mal anrufen, in Bissendorf, der Pellissen 90 M, 324.500 Euro ist der Endpreis, die Mehrwertsteuer ist ausweisbar und es gibt noch die volle Garantie von einem originalen Morello-Vertragspartner. Was kann man da noch falsch machen? Jetzt muss man nur noch das Geld haben, oder? Richtig, und falsch machen nichts. Tschüss, Matthias, bis zum nächsten Mal, Bissendorf in Niedersachsen. Tschüss. Tschüss.